Herzlich willkommen hier. Ich habe leider schon die Join-Taste gedrückt. Ich hoffe, mein Handy kommt gleich. Ja, ich join jetzt sofort nach, du Trottel. Ja, ich weiß auch nicht. Hauptsache, man sieht den Allok an dem Bildschirm noch. Ja, ja. Ich glaube nicht. Aber ich war ja noch im Bild hier, wo Dings kommt. Wo ich noch festgefroren bin, also wo ich mich nicht bewegen kann. Also von daher sollte es okay sein. Na ja gut, wir sind soweit. Es geht los. Weiter in die Richtung. Wir müssen ja immer noch Zukehrrohr finden. Ja, ja, ja. Ich hoffe, dass meine Aufnahme jetzt läuft, ey. Sonst haben wir ein natzhaftes Problem. Denn dann gibt es zu Recht einen Strike und unser Inventar ist leer. Und dann haben wir morgen oder übermorgen oder wann das dann ist, bei einem Feinden ein ernsthaftes Problem. Geburtstag. Wo bist du denn? Bist du schon drauf hier? Ja, ich bin drauf. Bin schon am suchen wieder. Bin weitergelaufen. Weiter geradeaus einfach. Weiter geradeaus. Okay. Dann laufe ich mal in die Richtung geradeaus, die ich vermute, die du bist. Ähm. Ähm. Ja. Weiße. Das können wir uns ja gar nicht erlauben jetzt gerade. Bei uns läuft das. Aber ohne Ende. Keine Frage. Äh. Äh. Also, ich bin hier mitten unten in so einem Tal, wo 30 Trillionen Bäume stehen. Also, da laufe ich gerade so. Aber ich habe auch keinen Namen auf dem Bildschirm oder so. Guck mal kurz Koordinaten. Welche Tasse waren das? F3. F3. 136, 64. 136? Ja. Ach du Scheiße. 64 und? 758. Äh. Also in der Richtung. Okay. Ich glaube, ich weiß, welches Tal du meinst. Ich komme da mal in deine Nähe. Und hier ist ganz viel Wasser. Und ich habe Zuckerrohr. Sechsmal Zuckerrohr. Das reicht. Okay. Bleib da, wo du bist. Ich komme zu dir. Alles klar. Was brauche ich nicht hier? Ach nee, war nur die Axt. Holzachst. Ach, die schmeißen. Jetzt habe ich das falsche weggeschmissen. Mann. Hast du eigentlich schon einen Bogen? Ja, ja. Okay, dann kann ich... Eben Pfeiler habe ich auch genug und so. Den hier wegschmeißen. Du könntest nochmal ein bisschen, äh, äh, Holz abbauen. Ah, jetzt habe ich gerade meine Axt weggeschmissen. Höhöhöh. Äh. Nee, die muss da ja noch irgendwo rumliegen. Ja, da oben ist er. Okay, dann... Baue ich ein bisschen Holz ab. 136. Ähm. Jetzt bei 168. Wie bist du denn so schnell da hin? Nein! Ah, so schnell da hingekommen. Ja genau, ich bin einfach da hingelaufen. Kann auch sein, dass es die falschen Koordinaten sind. Habe ich versehentlich einen Screenshot aufgenommen? Jetzt, jetzt bin ich 109, 164, 770. Boah, lauf bloß nicht mehr weiter, sonst hole ich dich ja nie mehr rein, ey. Okay. Okay, ich warte hier. Ich gehe mal auf den höheren Baum, dass ich dich vielleicht sehe. Ja, das sind alles so Tannenbäume hier, ne? Ja, ja. Sag mal, bist du da? Äh. Was eine Freude. Ich weiß gar nicht, wann wir uns so weit voneinander entfernt haben, ne? 109 in X, ja. Alter, jetzt bin ich bei 30. Will der mich verscheißern? 109 und dann was? Äh. 82, 700, 8. Minus oder plus 700? Minus 700. Okay, dann muss ich in diese Richtung. Dann muss ich direkt auf dich zukommen. Fuck, ey. Das kostet scheiß Zeit jetzt. Aber du hast Zuckerrohr, das ist gut. Bau und wenn du Holz hast, dann buddelt schon mal ein Loch, das wir uns irgendwo verstecken können. Naja. Weil dann kommen wir zu verzaubern, würde ich sagen, oder? Okay, okay, okay. Ah, ich sehe dich, okay. Wie viel Holz hast du? Äh, lange noch. Okay. Äh, da ist ein Loch, okay. Ähm, habe ich noch irgendwelche Blöcke? Dirt hatte ich zwar anzubieten, äh, anzubieten. Um dicht zu machen. Muss erst mal reichen. Okay, ich stelle mal kurz die Furnances auf. Und dann gib mal das Zuckerrohr her. Äh, pack mal Kohle in die Öfen, weil ich hab, du hast die Kohle aufgesammelt. Ja. Mehr habe ich nicht, ich muss zu meinem Verteilen. Ähm. Mal überlegen, wie war das jetzt gleich wieder? Da, Diamant, Diamant. Achso, ich muss erst mal ein Buch machen, ne? Leder. Leder, Leder, Leder. Wo ist jetzt das Zuckerrohr? Äh, war das nicht so? Andersrum, hä? Hm. Ach, ich muss Papier machen, nicht Vollpfosten. So. Geh mal, äh, noch ein Eimer Wasser holen. Hm. Äh, Leder. Da. Okay, Buch. Zack. Obsidian, vier Stück. Ach, komm. Ein Buch und zwei Diamonds. Und wir haben einen Verzauberungstisch. Sehr schön. Leder weg. So. Ähm, also ich werde jetzt erst mal eben meine komplette Rüstung verzaubern. Und dann mal weitersehen. Also du musst dich ja eh selbst verzaubern. Äh. So. Protection 1. Mit Lappes, jawohl. Hast du Lappes? Ja. Okay. Glass Protection. Protection 1. Ähm. Helm. Protection. Projektil Protection. Ne, da nehme ich auch nochmal Protection. Äh. Brustplatte. Und Lappes nachlegen. Projectile Fire Protection. Ist auch geil. War eigentlich auch irgendwie nicht. Ich habe immer nur die gleiche Scheiße hier. Ups. Hast du meine Brustplatte jetzt aufgesammelt? Äh. Ja. Mach mal wieder her, bitte. Danke. Danke. Projectile oder Fire Protection. Na gut, dann kriege ich, nehme ich mir Fire Protection. So. Und dann die Schwerter. Knockback Unbreaking. Ist mir doch egal. Knockback Unbreaking. Knockback Unbreaking. Sharpness, Sharpness, Sharpness. Sharpness ist gut, man. Nimm bloß Sharpness. Und Ban of Atropods. Brauchst überhaupt nicht, man. Das macht nur mehr Schaden bei Spinnen und so'n Zeugs. Nicht nur Unbreaking, ey. Kannst du noch mehr machen mit Sharpness? Ja. Mach mal alle Sharpness. Ich stelle hier schon mal in den Anvil auf. Ähm. Und dann schmeiß mal über die Sharpness-Schwerter rüber, wenn du sie denn... Nicht nur Knockback, ey. Ist ja voll Arsch. Okay, jetzt hört's bei mir auf hier. Ich hab jetzt, ähm, fünf Schwerter mit Sharpness. Das ist sehr geil. Äh, hast du alle Schwerter durch jetzt? Äh, ja, die bei den anderen kommt bloß noch. Okay, hier, ich geb dir mal die Unverzauberten. Äh, ich brauch, glaub ich, mehr. Brauch ich. Ja, gib mir mal bitte die Verzauberten her. Ja, schmeißt du erstmal deine, dass ich die aufnehmen kann und dann... Ja, ich hab jetzt keine mehr im Inventar. Oh, eins wieder. So, okay. Okay, ich hab fünf Stück. So, Sharpness 1. Okay, Sharpness 2 einmal. Du hast mein ganzes Lappis. Ich brauch Lappis. Oh, Entschuldigung, Moment. Äh... Da kannst du komplett kriegen, alles. Ähm, ich mach da Sharpness 2, zwei Schwerter... Hallo, jetzt hab ich schon wieder aufgesammelt, ey. So, ähm, ich mach da zwei Sharpness 2 Schwerter schon mal draus, ne? Ja, warum mach? So. Ich krieg bloß noch Bane of, äh, Arthropolis, oder wie das heißt. Okay, ich könnte ein Schwert Sharpness 3 noch machen. Oder 2 mal 2 lassen. Ja, lass mal 2 mal 2. Ja, ne? Ja, ich krieg, ich denke mal, das liegt an den, äh... An den, äh, an den, äh, Points hier, ne? An Erfahrungspunkten. Ein Sharpness 2 Schwerter für dich. Dann werf mir die nochmal wieder her, weil ich hab ja noch ein paar Level übrig. Ach, ich muss was futtern. Achso, oder? Ähm, wo sind die Öfen? Da. Ähm, 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 so. Da kann ich auch nochmal mit brutzeln. Okay, ich guck nochmal, vielleicht hab ich ja Glück und krieg jetzt noch wieder was. Knockback und Unbreaking, ey, es ist lächerlich. Was ist, wenn ich das Verzauberte da rein tu? Krieg ich Sharpness 2? Achso, das hab ich ja schon. Hey, hey. Ja, äh... Sag mal, wie war ein Pfeiler, Alter? Ich kann nicht mal so ein scheiß Pfeiler craften, oder was? Feder hinten und dann schräg nach oben. Achso, ach, ach, genau. So schräg war es, genau. Ähm. Kann ich mal einen Bogen vielleicht noch verzaubern? Hä? Wie kann ich da denn Power? Geht, geht nicht. Ich kann keine... Keine Pfeiler herstellen. Hm. Ach doch, so. Alles klar. Ähm, hast du deinen Bogen auch verzaubert? Äh, nö. Wäre vielleicht nochmal eine Idee, ja? Ja, wäre es. So, mal gucken, ob ich da irgendwas verzaubern kann. Power. Oh, komm, nehm, nehm mal. Ja, ja. Ist Standard quasi. Ähm, okay. Ich hab jetzt noch einen ganzen Arsch voll Schwerter übrig, aber... Ja, das bringt ja nichts unverzauberte im... Na gut, wir können noch ein paar XP-Punkte machen jetzt hier und uns mal in eine andere Richtung bewegen, dass wir hier nicht... Ja, Sekunde mal. Ich hab Smite. Oh, warte mal, ich krieg gerade eine neue Verzauberung. Wie lange haben wir noch? 428. Hm. Lass mich mal eben bitte kurz ein bisschen mein Inventar aufräumen. Und dann, äh... Brauchen wir Redstone? Äh, Redstone? Nee, überhaupt nicht. Kannst du wegschmeißen. Ich mach hier mal kurz eine Wegschmeiß-Ecke. Oder so, genau. Weil ich hab nämlich auch noch eine ganze Menge Zeug, was ich überhaupt nicht brauche. Hm. Okay, besser. Ähm. Ich muss was zu essen haben. Hast du alles schon rausgenommen? Ja, warte. Dann gib mal ein bisschen was. Danke. Warte, hier ist noch was. Ja, okay. Ja, aber hast du von eben die Hälfte. So, der kann weg, der kann weg. Der kann weg. Leder hab ich noch einmal. Scheiß, Eier können auch weg. Ach, Smite, 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 Smite braucht keinen Mensch, ey. Ich mach mal ein Smite und guck mal, was rauskommt, wenn ich das zusammen mit dem Sharpness 2 im Envil benutze. Irgendwie habe ich gerade lapis, lapis. Nein, ich bin so doof. Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt gemacht? Ach, ich hab das Sharpness 1 Schwert mit Sharpness 1 weiterverkaubert. Das hast du gut gemacht. Geht so. Hast du das ganze Lapis? Ja. Geh mal ein bisschen was her, bitte. Ja. Ich krieg wieder Sharpness Schwerter. Geilo. So. Äh, Sharpness. Hallo, Kuh. Wie lange haben wir noch? Äh, 2 Minuten 15. Ich kann gleich vielleicht noch Sharpness 3 Schwerter machen. 2 Stück. Knockback. Gut, komm her. Ist egal. Machen wir noch eins. Hm. Ach so. Ah, Mist. Jetzt fehlen mir gleich wieder die Level. Äh. Okay, Sharpness. Sharpness. Oh, Sharpness 2. Ah, Mist. Jetzt brauch ich wieder Level. Ja, ich brauch Level. Okay, ich hab hier eigentlich... ...Sharpness und Knockback, hm? Also ich hab hier quasi, äh... ...eine Minute haben wir noch. 1,30. Ja. Alles abbauen und die Füße in der Hand hier, oder was? Abbauen. Hier sieht's nur den Weg nach draußen aus. Ja, frei. Ja, gut. Also eine Folge haben wir noch, bevor es zum Kampf kommt. Also würde ich sagen, lass uns kurz nochmal eben rumlaufen. Vielleicht noch ein paar Äpfel finden. Ja. Und dann so 30 Sekunden vorher da was buddeln wir uns ein. Jetzt dürfen wir uns noch nicht wieder verlieren. Wo bist du? Ah, ich seh dich. Ich dich nicht? Ah, da. Okay, lauf. Ich geh hinter dir her. Okay. Ach, scheiß auf die Kuh, man. Essen haben wir genug. So, Level. Ah, Level natürlich. Wäre nicht schlecht gewesen. Hast recht. Oh, jetzt dachte ich, da ist ein Apfel, aber das war bloß ein roter Busch. Ja. 45 Sekunden. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch Äpfel finden, ehrlich gesagt. Glaube ich auch nicht. Aber einen Pfeil habe ich noch gekriegt. Dann. Okay. Ich würde sagen, lass uns einbuddeln, oder? Ja. Gut. Hast du angefangen zu buddeln? Ja. Gut, jetzt fände ich dich schon wieder nicht mehr. Sehr gut. Da muss irgendwo unter dir sein, weil ich bin... Okay, ich sehe das Loch. In das ich jetzt wagemutig reinhüpfen werde. Äh, ist dir schon irgendwie mal ein Plan gekommen, wie wir das nach oben dicht machen, nur einmal? Oh, was ist der denn hier? Ach so, na... Hast du Erde? Hast du Erde? Hast du Erde? Geh mir Erde, schnell. Nein! Bei uns läuft. Ja, geht so. Gut, dann... Ich hab's dicht. Du hast es dicht? Ach so, du bist ja später eingeloggt wie ich. Oh, na Gott sei Dank. Oh, mein Glück, ey. Das hat uns den Arsch gerettet. Jetzt muss da oben nur noch Gras drüber wachsen, dann passt's. Puh, ja, sehr schön. Da haben wir die Folge ja mal richtig was geschafft, ey. Jetzt fehlen eigentlich auch noch Äpfel und dann hauen wir Veneri, Venom und ich habe leider, leider, auf jeden Fall Maximilian heißt er in Wirklichkeit, mal ordentlich auf die Schnauze. Abwarten, aber ich denke schon. Ja, natürlich. Die mach, die mach mal kaputt machen. Aber locker. Okay, äh, ja, bis morgen. Macht's gut. Gut. Vielen Dank.